Von der Rehrtab, von der Rehrtab Einer Klos Jiga, die sind ja alle noch beim Leben, Alter Toll, Leute sind tot Jiga, Ausplay, Jiga, Uff Jiga, Ausplay, Jiga, Uff Jiga, Ausplay, Jiga, Uff Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel Jiga, Kaldera, immer weiter, immer der Videogrind geht weiter Falls dir das gefällt, was ich so in letzter Zeit produziere und wie viel ich produziere Lasst ein Like da, lasst ein Abo da Ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls du neu bist Ja, heute geht es darum, die Top 3 Anfänger Loadouts für Warzone Für die neue Warzone Map Und zwar, ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal ein paar Highlights, damit ihr euch selber überzeugen könnt Ob die Waffen gut sind oder auch nicht Und danach gibt es die 3 Klassen Setups dazu, wie ich diese Waffen spiele Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video Kuss, Kuss, dass du wieder am Start bist Ähm, schreib mal in die Kommentare von 1-10 Wie doil, äh, wie doil, ja moin Wie euch Kaldera gefällt Also 1 für schlecht, 2 für supergut Viel Spaß So, jetzt Das war ja Bei dich mit Spiele Ich bin genockt Kann einfach von links machen, jetzt sie Scheiße, Heli ist hier oben Eigen Snipen Schip Break Bogen Snipen, Bogen Snipen Links Let's go Jungs Bogen noch Schnipen, wir müssen schnell Schnell, schnack rein, bis drin Digga, LNG trifft einfach nichts. Jure Söhne, Digga. Na, für gut. Nice, Tobi, mein zweites Mann. Ey, Nico. Wohin machst du deine Reise. Digga. Du brauchst doch viel. Nice, Jungs. Das ist halt wirklich eine Kackzone, ne? Das mit dem Aim muss ich noch mal üben. Jungen, er sagt, das mit Aim muss ich üben. Du hast so einen Sniper, hätte er bekommen. Labern wir nicht voll, Mann. Der Loster-Typ. Ja, hier oben. Aber da ist auch noch einer. Blau. Blau moved sogar. Ey, close sind auch noch welche. Stimmt, gar nicht gesehen. Ich hab den. Müsst du irgendwie hoch. Let's go, Rico. Und tot. Das ist nur einer. Der kommt, pusht. Ne, der bleibt drin. Oder doch, der pusht. Ja, der pusht. Nice. Weißt du was ich mein? Ja, der landet hier. Kann ihn nicht holen. Ich hab ihn abgegeben. Ne, ich hab ihn geflogen. Ne, ich hab ihn geflogen. Kein anderes Team gerade. Vor mir. Ganzes Team, Digga. Wo? Hä? Genau vor mir. Am Haus. Ich seh's. Ich seh's. Da ist noch einer. Noch zwei. Da drüber. Da drüber, Nico. Der läuft zu den anderen hin. Knock. Mann, da sind so viele Leute hier, Digga. Er sniped. Er macht Prezi, Digga. Der ist One-Shot. Der ist runtergesprungen. Digga, wie dumm ist das Ding hier? Digga, kann der mal rauskommen, Alter? Mehmet, guck du von rechts. Guck du auf ihn. Digga, ich bin jetzt so lang mal besser raus. Ich bin da angeschossen. Der ist immer noch da. Kill break. Ey, vom Berg aus. Ui. Hä, wo ist er hin? Er hat Prezi auf mich. Ey, so ein Schmutz, Digga. Er ist rausgegangen, glaub ich. Er ist rausgegangen, Digga. Digga, was ein Keg, Alter. Geht einmal durch den Molli, Digga. Geht einmal durch den Molli, Digga. Ich komme wieder zurück. Ich habe keine Platten gefunden. Digga, da war eine scheiß Plattenbox. Eine Plattenbox? Ja, schon ausgelegt. Da war keine Plattenbox mehr. Mit so einem Zelt drin, doch. So, meine Freunde, ich zeige euch mal, mit welchen drei Lowdowns ich zurzeit die Lobbys rasiere. Ist halt so ein Ding. Es kommt halt drauf an, wo ihr in Caldera landet. Weil ihr kennt ja, manche Spots sind einfach richtig eng zusammengedrückt. Und manche, da kannst du halt, uff. Da siehst du, da lädt die mit der Sniper manchmal die Map noch gar nicht, wenn du das ganz nach hinten aimst. Ähm, ja. Ich zeige euch die Makros, wie ich meine Waffen hier zocke. Ich zeige euch die drei Klassen. Und danach zeige ich euch auch schon Highlights. Also, das sind meine Top 3 Anfänger-Lowdowns. Also, ich muss sagen, ich habe auch bis jetzt sieben, acht Lowdowns gespielt oder so. Und ich finde, diese drei, diese Kombis sind für mich persönlich, ähm, die besten. Ja. Also, ich zocke hier den ersten Lowdown, STG und MP40. Die STG zocke ich so. Ich werde nicht mehr drauf eingehen. Ich werde euch die einfach mal zeigen. Und das sind halt meine Top 3 Lowdowns. Das ist die STG. Ich mache kurz meine Cam weg. So. Dann zocke ich die MP40. Ja, moin, Digga. Burak hat so meine Aufnahme crashed. Egal, ich lasse das drinnen. Ich habe gerade mit Burak und Co gezockt. Und einfach meine Aufnahme crashed. Ja, moin. Äh, so zocke ich die MP40. Ich muss dazu sagen, Brand Muni. Ja. Aber nur, weil es zur Zeit halt so gut wie jeder spielt. Egal, von wem du abgeschossen wirst, du kriegst Brand Muni reingejagt. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Da habe ich mir kommen. Schlägst du Waffen mit den gleichen Waffen. Ganz einfach. Das ist der erste Lowdown. Ich zocke auch mit dem neuen Perk hier. Diesen Kampfspeher. Also dieses Vanguard Perk, dass du die Leute durch die Wände siehst. Das ist so krank geil. Vor allem, wenn ich beim dritten Lowdown zeige ich euch das. Da zocke ich das MG. Wenn du da mit dem MG durch die Wand bretterst, hat halt jemand einfach keinen Bock mehr. So, kurz trocken gesagt. Da hat einfach der Gegner keinen Bock mehr. So zocke ich meinen ersten Lowdown. Den zweiten zocke ich. Das ist der Long Range Lowdown. Komplett Long Range angelehnt. Hier die Roboter. So wird die geballert. Kurzum knack ich mal hier die Klassen Setups zeigen. Hier die K. So und der letzte Lowroad. Also für mich mit dem Lowroad, den ich am liebsten spiele, ist halt die STG plus MP40. Dann zocke ich den hier gerne. Und danach als letztes den hier. Den halt mal so wegen Variety und so. Hier dann der dritte Lowdown. MP40 zocke ich genauso wie beim ersten. Und die MG40. Digga, ich habe ja nicht mal einen Schaft drauf. WTF, warum nicht? Und hier der letzte Lowdown. Schwupps. Ich muss halt auch einfach dazu mal sagen. Ich muss halt einfach mal dazu sagen, dass dieses Perk so krank OP ist. Also davor hatte ich immer eifrig drinne. Waffe, das schnelle Waffen wechselt. Aber dadurch, dass die Map so riesig ist, brauchst du eigentlich gar nicht mehr so schnell die Waffen wechseln. Wie in Rebirth oder halt Verdansk. Deswegen zocke ich halt Kampfsperr, damit du die Leute besser durch die Wände siehst. In diesen kleinen Holzhütten oder was auch immer. Sehr, 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 sehr OP. Ja, aber ich muss auch sagen. Digga, ich habe gesagt das auch, ne? Aber, aber, aber. Ja, ich habe halt so viele Abers. Weil halt Vanguard, die Waffen sind auch nicht so richtig optimiert. Die Waffen auf dem Boden haben so einen kranken Recall. Aber. Jetzt kommt das Aber. Ich finde so für das erste Reingehen so mit Vanguard Waffen, Kulper Waffen zusammen und so. Für den Anfang eigentlich sehr nice gemacht. Muss man mal Props geben. Ja. Was soll man noch dazu sagen? Gönnt euch einfach diese Klassen genauso wie ich sie spiele. Also sehr, sehr, sehr geil. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Die Highlights am Anfang. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ja, und ich hoffe, dass ihr morgen schon wieder mit Content gefüttert werdet. Wenn nicht, ihr seht mich live auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Kuss. 2 1 2 2 4